Ortswechsel nach Berlin. Anke Rosenthal, Spezialistin für Fettsucht und Ernährungsmedizin, beginnt mit ihrer Straßensprechstunde für die Menschen in der Hauptstadt. Mein Name ist Dr. Anke Rosenthal, ich bin 41 Jahre alt, bin Chirurgin, Allgemeinärztin und Ernährungsmedizinerin. Auf der Straße bittet ein junger Mann aufgeregt um Hilfe. Sind Sie wirklich Ärztin? Ja, ich bin Ärztin. Ich bin immer mitkommen, ist Dr. Rosenthal. Natürlich, ja. Eine Frau hat starke Schmerzen. Noch weiß Dr. Rosenthal nicht, worum es geht. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ich bin Ärztin. Schmerzen in meinen Beinen. Hatten Sie das schon mal oder ist das das erste Mal? Nee, ich weiß, was das ist. Kennen Sie das schon? Das ist Lipödem und das habe ich immer mal wieder. Mein Lipödem ist eine Fettansammlung in Verbindung mit einer Flüssigkeitsansammlung. Und es beginnt häufig an den Oberschenkeln, geht nach unten runter, betrifft aber nie die Füße und die Hände. Wichtig ist, dass die Beine wie Säulen aussehen häufig und die Patienten Schmerzen haben und sehr empfindlich sind. Druckschmerzhaftigkeit sagt man dazu. Wie lange haben Sie denn schon dieses Lipödem? Ach, ich habe das schon über 20 Jahre. So lange schon, aber nicht so schlimm wie jetzt. Immer mal wieder. Ja. Brauchen Sie mich noch? Nein, ich brauche Sie nicht mehr. Vielen Dank. Danke. Ja. Und das hat Ihr Arzt festgestellt. Ja, allerdings. Das ist aber schon acht Jahre oder so her. Und Sie haben auch schon viel dagegen unternommen? Sämtliche Diäten, Sport, Lymphdrainage. Ja, aber mit wenig Erfolg. Mit gar keinem Erfolg. Mit gar kein Mensch. Aber wissen Sie was? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen jetzt so ist, aber meine Praxis, die habe ich gleich um die Ecke. Und wenn Sie laufen könnten, sobald es ein bisschen besser ist, würde ich Ihnen einfach den Vorschlag machen, dass Sie mitkommen. Denn ich bin auf solche Sachen spezialisiert. Das wäre super. Also gehen kann ich nur. Nein, trauen Sie sich das zu. Ja, aber ich würde Sie dann begleiten. Das ist gleich um die Ecke. Und dann könnten wir nämlich jetzt sofort in die Praxis gehen. Das wäre doch eine schöne Idee. Ich glaube, Leute, die vielleicht mit Rheuma zu tun haben, können sich das vielleicht besser vorstellen. Das ist halt von innen ständig dieser Druck. Und sobald man irgendwo drankommt, das tut fürchterlich weh. In Anke Rosenthal's Spezialpraxis hofft die 41-Jährige auf Hilfe. Das Selbstwertgefühl von Manuela ist durch ihre Krankheit fast völlig zerstört. Sie fürchtet die Blicke anderer Menschen und hat Angst, dass sie für esssüchtig gehalten wird. Dabei nimmt die Mutter eines 10-jährigen Sohnes kaum noch Nahrung zu sich. Aus Angst, dass alles noch schlimmer werden könnte. Wie lange sind die Beine schon so dick? 25 Jahre. 25 Jahre. Das fängt häufig nämlich in der Pubertät an, die Erkrankung. Genau, so war es bei mir auch. Okay, und haben Sie Oberteile, also Oberteile kleinere größer als Unterteile? Die sind ja relativ schlank auch. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal Ihren Bauchumfang messen. Ja? Können Sie sich da nochmal aufsuchen? Ja, natürlich schon. Eine Operation macht zunächst keinen Sinn. Die Patientin muss erst ihr Gewicht reduzieren. Und man muss auch ganz klar festhalten, dass es sein kann, dass durch einen operativen Eingriff die Erkrankung sich verschlimmert. Dass Lymphabflussbahnen im Bein beschädigt werden können und die Erkrankung sich noch verschlechtert. Manuela versucht bereits seit Jahren Gewicht zu verlieren. Doch auch strenge Diäten halfen nichts. So 89, ja? Das ist also ein Zentimeter, so schon ein bisschen viel. Ich würde Sie auch gerne nochmal wiegen. Ach nee, wirklich? Ja, kommen Sie. Keine Hemmung. Ich möchte es aber nicht wissen. Nein, dann sage ich es Ihnen nicht. Nee, okay, ich mache die Augen zu. Wenn man kaum was isst und sich auf die Waage stellt und da tut sich nichts, das ist einfach frustrierend. Ich habe die Waage irgendwann vor Jahren mal entsorgt. Ich merke es ja an den Klamotten, ob man zunimmt, ob man abnimmt. Ich will es gar nicht wissen. Gucken Sie mich an, ganz entspannt. Aber wirklich nicht sagen, ja? Sag ich das auch nicht. Ja, kein Thema. So, ich habe es jetzt gesehen. Alles erledigt. Gehen Sie wieder runter, ja? Und im Endeffekt könnten Sie sich auch jetzt wieder anziehen. Ich gebe Ihnen Ihre Sachen mal und dann besprechen wir mal, was wir da machen können, ja? Ja, danke schön. 1,55 Meter, sagten Sie, ja? Gut. Nach Auswertung der Messergebnisse erläutert Anke Rosenthal, der 41-jährigen Mutter, ihren Therapievorschlag. Also, das ist bei mir ein Drei-Säulen-Programm. Das ist für alle Patienten obligat, ja? Das heißt, eine Ernährungsumstellung, eine gesunde Ernährung, eine Bewegungstherapie, für den Patienten angepasst, was er für Probleme hat. Nicht jeder Patient hat einen Lipöden. Und die dritte Sache ist eine Verhaltensänderung. Das heißt natürlich auch, was das Essen betrifft. Und deswegen möchte ich gerne mal von Ihnen erfahren, ganz konkret, wie Ihr Essverhalten denn aussieht, so am Tage. Wenn ich Essen vor mir habe und ich esse irgendetwas, worauf ich vielleicht auch sogar Lust hatte, kommt sofort das schlechte Gewissen durch, wenn ich es angegessen habe. Weil ich dann direkt denke, ich fühle mich dann auch so. Ich fühle mich sofort so, als wenn ich drei Kilo zugenommen hätte. Meine ganze Familie, die ärgert sich schon immer, dass grundsätzlich, wenn Festlichkeiten sind, dass ich da sitze nur mit einer Tasse Kaffee, bloß kein Stück Kuchen esse, weil ich immer denke, es schadet mir halt nochmal mehr als anderen. Es geht natürlich um tierisch viel Lebensqualität dadurch verloren. Weil man grenzt sich aus, ganz automatisch. Aber man ist in einem Kreislauf drin. Es schlägt auf die Ernährung um, dass man sich wirklich, ich weiß es auch, ich weiß, dass man um abzunehmen eigentlich essen muss. Aber ich will nichts essen, weil ich Angst habe, dass es dann noch schlimmer wird. Ja, das verstehe ich. Wenn ich nicht esse, kommt der Körper in eine Unterversorgung. Er wird eventuell auch der Patient sein Gewicht reduzieren. Aber sobald er wieder anfängt zu essen, wird er mehr zunehmen, als er abgenommen hat. Und wir haben diesen typischen Jojo-Effekt, den ich ganz stark vermeiden will, indem ich den Patienten von Diäten abgreife und nur eine Ernährungsumstellung, in Anführungsstrichen, nur durchführe. Das Gespräch mit der Ärztin gibt Manuela Hoffnung. Auch wenn sie zunächst einige Vorstellungen der Medizinerin nicht gerne hört. Und zusätzlich muss ich ganz klar sagen, da müssen wir bei dem Wörtchen reden, Kompressionsstrümpfe. Oh nein. Die Stützstrümpfe, die sehen schrecklich aus. Ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, aber ich bin auch noch keine 80. Und die sind unbequem. Die schneiden ein, die sehen, man braucht eine halbe Stunde, ehe man sich da reingequält hat. Und ja, gut, aber wenn es jetzt sein muss, muss es halt sein. Und natürlich ist das, ganz wichtig für Sie zu wissen, eine lebenslange Therapie. Das hört nie auf. Denn sobald Sie aufhören, haben wir ganz schlechte Ergebnisse. Und Sie sollten vielleicht auch vom Kopf her sich mit Ihrer Erkrankung arrangieren. Und sagen, das ist nicht schön, aber wissen Sie was, jeder hat irgendeine Störung. Ein langer und anstrengender Weg liegt vor der 41-Jährigen. Doch mithilfe der resoluten Ärztin möchte Manuela Skidmore einen neuen Versuch wagen. Okay, alles klar. Dann gehen wir es mal an. Ich denke, es ist meine letzte Chance jetzt. Ich werde es so durchziehen, wie die Frau Dock das erklärt hat. Und auch umsetzen. Ich bin halt, wie gesagt, jetzt auch motiviert. Und ich hoffe nur wirklich, dass es funktioniert, weil, ja, wie gesagt, es ist die letzte Chance. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich mit meinem Latern am Ende. Manuela weiß, dass sie lernen muss, in ihrem Leiden umzugehen. Doch mit der Entscheidung zu einer ganzheitlichen Therapie ist der erste Schritt getan.